So ihr Lieben, seid uns gegrüßt, herzlich willkommen zum heutigen Video und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar den Amir. Der nennt mich Gast, obwohl ich bei 300 Videos mit dir mitgewirkt habe. Richtig, denn ihr kennt ihn ja in der Regel noch nicht vom Sehen, wenn ihr nicht bei uns auf der Gala. Ja, stimmt, wenn ihr das Video zu der Gala gesehen habt, habt ihr den Amir auch schon kennengelernt. Und Amir ist unser guter Freund und Kollege, der sonst immer hinter der Kamera sitzt, aber für den einen oder anderen ist es jetzt visuell ein neues Erlebnis. Ja, der Apo ist im Urlaub, dann habe ich mir gedacht, tritt ich in seine riesen Fußstapfen. Und er kommt mal vor die Kamera. Und das gleich zu einem phänomenalen Thema, weil zu einer der Marken hast du ja wirklich auch eine Art Bindung. Oh ja, weil seit meiner Kindheit spricht mein Vater von der Breitling. Und heute werden wir Breitling und Omega vergleichen für euch. Also ihr braucht die Hausaufgaben quasi nicht mehr zu machen. Wir arbeiten sie für euch vor und ihr braucht nur noch dieses Video zu sehen. Es geht im Grunde genommen darum, wer produziert die beste Uhr bis, ich sage jetzt mal 7000 Euro. Wieso vergleicht man diese beiden Marken miteinander? Es ist ja so, Rolex hat mittlerweile ein Einstiegsfeld sich erarbeitet von um die 9000 bis 10.000 Euro. Das Rolexes Einstiegsfeld ist ja wieder ein bisschen runtergekommen. Und andere Hersteller bieten aber bis zu diesem Punkt hervorragende Uhren, totale Design-Ikonen, Uhren, die so seit Jahrzehnten designtechnisch mehr oder weniger unverändert gebaut werden. Und das hat auf jeden Fall auch eine Bewandtnis, das hat einen Grund. Würdest du sagen, wegen dem Preissegment sind die sozusagen zu vergleichen? Ich würde sogar sagen, wegen des ikonischen Status. Okay. Beide haben eine Geschichte. Absolut. Da kannst du ja drauf reingehen. Genau. Ja. Also wir haben hier zum ersten einen Breitling Navi-Timer. Ein Design, was es so eigentlich seit den 60er Jahren gibt. Okay. In den 60er Jahren zuerst mit einem Handaufzug ausgestattet, mit einem klassischen Lemania-Kaliber, jetzt mittlerweile hier mit dem neuen Breitling-Kaliber, mit dem 0.1-Kaliber. Die Uhr haben wir für 6.990 Euro im Handel. Ich sage jetzt mal 6.500 Euro. Es ist die neueste Variante. Und du siehst sofort… Ach, auch schon mit dem neuen Logo, ne? Richtig. Und du erkennst sofort den Navi-Timer, weil die Uhr optisch mehr oder weniger, egal ob man die erste oder jetzt die letzte Serie sieht, mehr oder weniger optisch unverändert weiterhin gebaut wurde. Typische Design-Elemente sind bei der Uhr jetzt zum Beispiel diese Rechenschieber-Skala. Die ist noch verklebt. Die ist auch noch verklebt. Das ist eine komplett neue Uhr, 24 ausgeliefert. Ist die Rechenschieber-Skala, also dass du praktisch die Lünette drehen kannst und somit Berechnungen im Flugzeug in der Luft anstellen kannst. Hat man das schon mal wirklich gemacht? So hast du früher wirklich zum Beispiel einen Treibstoffverbrauch oder eine Geschwindigkeit berechnet. Da gibt es ja noch immer so ein rundes dazu, ne? Da gibt es dann immer so ein Teil dazu, ne? Richtig. Da ist im Grunde genommen von diesem Rechenschieber nochmal eine Beschreibung beziehungsweise eine größere Version in Pappe dabei. Und dann kann man die Berechnungen da schon mal mit anstellen. Das war zumindest früher immer dabei bei dieser Uhr. Stimmt. Die darfst du meinem Vater nicht zeigen, ne? Typisches… Ich habe mit deinem Vater gestern sogar über die Uhr gesprochen. Weil er hat ja auch einen Navi-Timer und hat jetzt upgegradet auf ein anderes Modell. Ja, auf ein aktuelleres Modell. Automatiker. Ist aber beim Navi-Timer selbst geblieben. Das ist auch die Uhr, die ihn, denke ich, am meisten begeistert. Ja. Und ich muss dir sagen, der Navi-Timer ist, solange ich die Uhr kenne, für mich auch eine Uhr, die mich anzieht. Also das Design ist so unverkennbar und so kontrastreich. Und das ist so eine gelungene Toolwatch, die auf eine ganz komische Art und Weise ja auch ein bisschen schrullig wirkt. Weil die Funktion brauchst du ja heute gar nicht mehr. Ja. Es ist halt einfach dieses Design, was die Leute so mögen, ne? Es ist so interessant, dich anzugucken, während du ein YouTube-Video machst und ich dich von hier angucke und nicht immer durch den Bildschirm. Also ich sehe dich von hier und du redest. Also cool. Was bedeutet dir diese Uhr emotional? Was weckt die für Gefühle? Ja, Navi-Timer ist schon, beide sind nicht wasserdicht, ne? Navi-Timer ist nicht wasserdicht. Navi-Timer ist nicht wasserdicht, ne? Ja, das ist das Einzige, was mich an der Uhr stört. Aber optisch finde ich in dem Preissegment die schönste Uhr. Also emotional, gut, mein Vater träumt schon immer von einer Navi-Timer und hat ja auch eine bekommen. Hattest du mal einen Navi-Timer? Leider nein. Okay. Findest du, wenn man diese Uhr trägt, muss man sich vor einer Rolex Samoa Datejust oder Submariner verstecken? Ne, du bist ein ganz anderer Typ. Ich würde sagen, also jemand, der einen Navi-Timer oder einen Speedmaster trägt, der will ja vielleicht auch zu einem kleinen Stück gar nicht so sein. Viele auch, natürlich die Breitling feiern, die feiern das noch wegen den 2000ern, weil das früher halt natürlich das Ding war. Du hast ja mal erzählt, Breitling oder Rolex. Richtig. Das war in den 90ern der typische Konkurrenzkampf, Breitling und Rolex. Das hat sich natürlich heute ein bisschen weiter auseinandergezogen. Es gibt heute andere Konkurrenten zu der Rolex. Die Breitling ist jetzt heute vielleicht nicht mehr das erste Konkurrenzprodukt zu der Marke Rolex. Es gibt ja sogar Kollaborationen jetzt im Hause Tudor. Das ist ja die Rolex-Schwester, wo dann im Grunde genommen mit Breitling zusammengearbeitet wird. Ja, aber trotzdem, ich meine, dass diese Uhr so ein eigenständiges Design hat, dass diese Uhr so ein eigenständiges Statement setzt, zeigt ja, dass es eine Uhr ist, die durchaus auch in einer größeren Kollektion eine Daseinsberechtigung hat. Hundertprozentig, finde ich auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Datejust, um mal ganz plakativ dieses Beispiel zu nennen. Ich gebe den Navi-Timer ab, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. Nein. Das ist was ganz anderes. Ist was ganz anderes. Kann man auch gut sportlich und elegant, die Navi-Timer kann man zu allem tragen. Amir, wie würdest du diese Uhr am liebsten kombinieren? Eine schöne Jeans, wie du immer so schön sagst. Ein Polo-Hemd. Nein, also der Navi-Timer ist schon toll. Ich bin jetzt nur gespannt, wie du jetzt den Spagat zwischen den beiden Modellen, ganz speziell der Speedmaster und dem Navi-Timer, ins Vergleich setzen möchtest. Die Speedmaster, sollen wir einfach direkt damit loslegen? Ich hoffe doch. Also die Speedmaster ist im Grunde genommen ja der ganz, ganz große Klassiker von Omegas. Es ist im Grunde genommen das Modell, was bis heute bei jedem NASA-Einsatz getragen werden muss. Also es ist praktisch, früher war es eine Uhr, die wirklich genutzt wurde. Heute ist es ja ein Stück weit ein Maskottchen, was bei den Raummissionen dann eben getragen wird. Sind die auch offiziell Sponsor oder haben die irgendwas damit zu tun? Oder ist es einfach nur so? Es ist einfach die offizielle NASA-Uhr. Okay, alles klar. Also die NASA hat die Uhr, bewirbt die Uhr ja im Prinzip mit. Und das ist natürlich für Omega die beste Werbung, die geschaltet werden kann, wenn so ein offizielles Unternehmen bis heute so ein Präzisionszeitmesser, einen mechanischen Präzisionszeitmesser für seine Missionen immer noch zumindest in der Standardausrüstung unterbringt. Okay, cool. Die Uhr ist genauso eine Design-Ikone in einer ähnlichen Zeit entstanden, ist in den 60er Jahren entstanden, hat dann in den 60er Jahren eben diese Prüfungen hin zu der NASA-Uhr durchlaufen, wurde dann eben auch als die NASA-Uhr anerkannt und auch ein Stück weit dahingehend noch abgeändert und entwickelt in den 60er Jahren, bis sie 1969 bei der Mondlandung praktisch am Arm der Astronauten war. Cool. Unverkennbar, das Design, bis heute unverändert im Grunde genommen. Also es gibt natürlich kleinere Unterschiede zu den früheren Modellen nach der Mondlandung. Ich sage ganz bewusst nach der Mondlandung, weil die Uhr hat eben davor noch einen Kronenschutz, diesen Flankenschutz da erhalten und hat dann noch hier und da kleinere optische Veränderungen erhalten. Eigentlich war die Uhr ja für den Motorsport konzipiert. Ach krass. Ja, der ist aber auch Speedmaster. Stimmt. Aber ist eben seit 1969, seit der Mondlandung unverändert gebaut worden. Die gibt es ja jetzt auch neu mit dem, so ähnlich wie das Jubilee-Band. Richtig? Ja, ne? Das ist aber jetzt nicht das Band. Welches Band gefällt dir besser, Armin? Das Jubilee-Band ist schon cool. Echt? Ja, das ist schon cool aus. Die Schließe gefällt mir nicht so sehr, der Glasboden ist schön, muss ich zugeben. Findest du die Schließe, muss ich dich jetzt mal fragen. Du magst die, weil das die typische Schließe ist von denen. Ich finde die ein bisschen zu grob. Okay. Ich finde die ein bisschen zu grob, aber auch mit den Drückern an der Seite zum Aufmachen. Ich weiß nicht, wenn die vielleicht nicht da wären, würde ich es schöner finden. Wenn ich jetzt mal konkret dir die Frage... Aber sehr stimmig Uhr, ja. Ist eine schöne Uhr, die stimmig, ne? Ja. Was sich bei den beiden Uhren, was ja ein ähnliches Genre bietet, wäre, dass beide Uhren Toolwatches sind. Das stimmt. Also du hast sowohl, und da siehst du auch, das Design setzt sich durch, weil es der Funktion folgt. Das heißt, du hast sowohl bei der Speedmaster als auch bei der Navi-Timer einen reinen Toolwatch-Charakter, der sich mit der Zeit so etabliert hat, weil er so eigenständig war, dass er heute eigentlich sinnbildlich für die Marke selbst steht. Ja. Wie würdest du die Speedmaster kombinieren? Ja, die Speedmaster durch das Stahlband, obwohl es die Navi-Timer ja auch am Stahlband gibt. Durch das Stahlband ist sie natürlich noch einen Tick aggressiver, würde ich sagen. Aber die geht auch gut zum Anzug, geht die gut. Megawo. Ja. Also ich muss zugeben, schwere Entscheidung. Ja. Was liegt die? 5,99? Und die liegt bei 6,9, 6,5 hatten wir hier gesagt. 6,5. Ich sag mal 5,5 und 6,5. 6,5 und 6,5. Sie ist auch 2019, 2024, gut. Ja. Vom Gewicht her sind die schon unterschieden. Die Navi-Timer ist viel leichter. Ja. Die haben jetzt auch die Schließe mit den Drückern hier. Genau. Aber die am Stahlband, wie mein Vater die trägt, sind die so beliebt wie am Lederband? Die Uhr ist eher typisch am Lederband gedacht, weil es ja auch keine wasserdichte Uhr ist. Deshalb ist das Stahlband jetzt bei der Uhr gar nicht so vonnöten. Es ist so, du hast jetzt gerade die beiden Uhren verglichen. Du hast gesagt, die Omega ist eine 2019er. Ich habe vorhin gesagt, die Uhren werden unverändert gebaut. Es hat sich natürlich hier und da ein bisschen was geändert. Die Leuchtmasse ist eine andere geworden. Das Band wurde mehrfach überarbeitet, hat also einen Facelift erhalten. Aber im Grunde genommen, und das ist eben der Punkt, deshalb konnten wir jetzt hier auch eine 19er Uhr, ich meine, wir hatten auch nur eine 19er Uhr, aber deshalb konnten wir die jetzt auch sehr schön in den Koffer packen, weil auch die 19er Uhr immer unverkennbar und sofort die klassische Moonwatch überhaupt ist. Lange sind diese Uhren nicht bei uns immer. Moonwatches insgesamt Speedmaster Professional in der Regel zwei, drei Wochen, dann sind die Uhren verkauft. Ja. Das sind auch die mit den großen Koffern, mit dem ganzen Accessoire dazu. Dieses Modell insbesondere, ja. Das ältere Modell hat den großen... Okay, haben wir ja schon mal ein Video drüber gemacht. Stimmt. Ach, die Uhren sind auch für uns extra gekommen, ne? Ja, richtig. Die sind aus Rüsseldorf gekommen. Ja, ja, ja. Das heißt, deshalb... Wir haben die Box gar nicht gebraucht. Keine Box nicht gebraucht, weil das auch so ein Teil ist. Aber hätten wir dem Kollegen gesagt, bringst du uns dann auch eine Box mit? Hätte er einen Rucksack eingepackt morgens? Hätte er auch gemacht. Hätte er das Butterbrot direkt in den Rucksack tun können? Zu Hause, wenn er zu Hause losfährt? Die Box noch dazu? Dann wäre der Rucksack auch voll gewesen. In welchen Rucksack das reinpasst, frage ich mich. Der typische Omega-Träger? Ich finde den typischen Omega-Träger so, den gibt's gar nicht. Ich weiß noch früher, die Speedmaster Moonwatch hat früher immer getragen, mein alter Physiklehrer. Ja. Der hat sich dann auch immer mal so das neue Modell gekauft. Klar, der war wahrscheinlich wegen dieser NASA- und Raketengeschichte irgendwie interessiert an der Uhr, denke ich. Da war irgendwie dann der Hintergrund vielleicht auch nochmal dieser Ingenieurs-Gedanke. Komischerweise heute werden diese beiden Uhren ja als Luxusuhren richtiggehend anerkannt. Ja, meinst du wegen dem Preis? Das wollte ich dich gerade fragen. Was denkst du, macht diese Uhren zu Luxusuhren? Ja, wir haben ja eine Frage bei Kolombatsch, vielleicht könnt ihr uns da helfen. Die Frage konnte bis jetzt noch keiner beantworten. Ab wann ist eine Uhr eine Luxusuhren? Richtig. Ist es der Preis? Ist es die Knappheit? Ist es die Fertigungsqualität? Das konnten wir bis heute nicht klären. Aber eine Breitling ist für mich auch so wie die Omega eine Luxusuhre. Definitiv. Also ich finde, es ist schon ein Stück weit so, es ist der Preis und das, was die Leute mit der Uhr in Verbindung bringen, was diese Uhren zu einer Luxusuhre macht. Und ich denke, mittlerweile ist es halt einfach so, dass diese Marken diese Modelle so sehr etabliert haben, dass mechanische Uhren an sich heute nicht mehr nötig wären. Es ist ja etwas, kein Mensch braucht eine solche Uhr, sondern du entscheidest dich bewusst für diesen Charakter dieser Uhr, für diesen auch dann in dem konkreten Fall Toolwatch Charakter, weil du was Sportliches auch zum Ausdruck bringen möchtest. Und das macht die Uhr im Grunde genommen zu der Luxusuhr, dass man sich bewusst für etwas entscheidet, was eigentlich nicht nötig wäre. Ja, dann wäre ja auch ein Golf GTI ein Luxusauto, weil man könnte ja auch einen normalen Golf fahren. Das ist richtig. Ich finde also, die Entscheidung zu einem GTI ist dann auch irgendwo schon eine Luxusentscheidung. Okay. Oder? Ja. Wie seht ihr das? Schreibt uns auf jeden Fall mal einen Kommentar, das wäre wirklich interessant. Die beiden Modelle sind schon echt toll. Vergleichbare Modelle zu den beiden? Du hast mich ja vorhin gefragt, wer kauft diese Uhren. Ja. Ich würde da ganz klar sagen, also sowohl ein Navitimer als auch eine Speedmaster kann in jeder Kollektion untergebracht werden. Und deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, das ist der Käufer dieser Modelle. Es ist ja auch nicht zwangsläufig eine Einsteigeruhr. Ist es auch nicht. Es kann auch eine Uhr sein, mit der man einfach eine Kollektion kompletiert. Ja, weil ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der jetzt eine Speedmaster gekauft hat, auch bei uns gekauft hat. Beste Grüße. Und er hatte vorher eine Tissot. Ja. So was ganz Normales. Ja. Wie er mir irgendwann geschenkt bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, was sowas kostet. Ich glaube, vier, fünf Euro hat er bezahlt. Okay. Und dann hat er halt jetzt sein Business gestartet und wollte unbedingt schon so, dass man sieht, bei mir läuft, glaube ich. Mhm. Ja, und hat dann überlegt, dann hol ich mir eine Speedmaster, aber auch er ist natürlich ein Zurückhaltender, also wird jetzt keiner Daylight um die Ecke kommen. Wollte ich ja sagen, er wollte keine goldene Rolex. Ja, und der meint, der ist voll glücklich, sehr stolz auf die Uhr und meint, er wird in vielen Kreisen auch auf die Uhr angesprochen. Und das ist eben auch einer der Punkte. Ihr habt hier im Grunde genommen die Möglichkeit, eine Uhr zu kaufen, die ein absoluter Klassiker des Herstellers ist, aber aufgrund der Fülle an Rolex-Uhren, die man so im Alltag erlebt, hat man irgendwo dann doch was Exotischeres am Abend. Ja. Wenn du jetzt ein vergleichbares Modell dazu tun würdest, wäre das jetzt ein Tudor? Also, ich finde, die beiden Uhren, also Tudor, ich werde ja häufig angesprochen, Tudor, Breitling oder Omega, ich würde immer sagen, Tudor ist ja im Prinzip die abgespeckte Version von einer Rolex. Ja. Das ist zumindest immer so ein bisschen das, was dieser Marke anhaftet. Du meinst, es gibt keinen Kultstatus? Aber die beiden Uhren haben den absoluten Kultstatus. Das ist das. Naja, das verstehe ich. Also du sagst theoretisch, es gibt so jetzt kein Kultmodell, was man aus den 60ern, was jeder mit dem Gesicht von Omega verbindet, während der Speedmaster oder bei Breitling. Bei Tudor wäre es eben so, die Leute würden sich dann an den älteren Rolex-Modellen orientieren, die wiederum mit den, oder innerhalb der Tudor-Serien wieder umgewandelt wurden in Uhren mit einem zugekauften Kaliber und eben im Original Oyster Case als Gehäuse 70er, 80er. Zum Beispiel Tudor, Submariner, so diese Geschichten. So diese Daytona-Modelle mäßig. Ja, die Daytona weniger, eher die, zum Beispiel die Taucheruhren, die ja heute als Black Bay produziert werden, die ja damals wirklich als Submariner produziert wurden. Und dann wirklich aber mit dem Original-Submariner-Gehäuse. Würdest du dann sagen, Kultstatus wäre sowas wie Paner-Reiter? So ein Paner-Rei-Modell? Ich finde, Paner-Rei hat auch, hätten wir hier auch mit reinnehmen können, hat absoluten Kultstatus. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Jetzt kommen wir zu den anderen beiden Uhren. Das wollte ich eigentlich nicht, aber du hast sie trotzdem reingetragen. Genau, der Armin hat sich nämlich eigentlich gesträubt. Der hat gesagt, pack nur Navi-Timer und nur die Speedmaster da rein. Aber, ich bin ein Fuchs, ne, habe ich natürlich auch noch die anderen Modelle, beziehungsweise die anderen Top-Seller dieser Hersteller mit untergebracht. Chronomat? Chronomat von Breitling in einer 42-Millimeter-Größe. Auch eine sehr schöne Größe, jetzt hier mit einer Stahl-Lünette. Du magst das Band ja auch. Ich finde das Rölo-Band unglaublich geil. Rölo? Rölo. Trage-Komfort ist bestimmt gut. Ist gut, hat aber auch so einen Spangeneffekt. Wenn du die jetzt abstellen würdest, die würde schon stehen bleiben. Auf dem Band? Ja, genau. Also es ist nicht wie ein Jubileband, was so zusammenklappt quasi in sich, sondern ist schon steif. Ja, ich mag es, ja. Schön hier in schwarz. Ist es schwarz? Ja. Breitling typisch. Breitling hat häufig gebläute Saphir-Gläser. Bei der Speedmaster haben wir hingegen Hesalit-Glas. Wie stehst du zu dem Hesalit-Glas, zu dem Plexiglas? Ne, das mit dem bläulichen sieht schon cool aus. Ja, aber an sich, würdest du die Speedmaster mit einem Plexiglas nehmen oder würdest du die Speedmaster mit einem... Ich kenne nicht mal den Unterschied. Saphir-Glas. Du hast beim Saphir-Glas eine... Das bedeutet ein kratzunempfindlicher dann. Was ist denn bei einer Saphir-Glas zum Beispiel? Ein Saphir-Glas. Ein Saphir-Glas, okay. Und bei einer alten Rolex, die dieses Plexiglas haben, genau. Und Kratzer werden natürlich von einem Plexiglas magisch angezogen. Okay, man kann es polieren. Man kann es polieren. Bei der Speedmaster ist es zum Beispiel so, die NASA hat ja damals auf dem Plexiglas bestanden. Weil wenn im Weltall zum Beispiel das Glas... Dann ist es platz, ne? Genau, wenn das Glas reißt, können keine Splitter in der Schwerelosigkeit wegschweben. Sondern es kann halt nur Risse geben. Und dadurch ist das Glas halt bruchsicherer in der Schwerelosigkeit als ein härteres Saphir-Glas. Ich muss zugeben, auch diese Uhr ist sehr schön. Siehste, ich wusste doch, dass ich dich rumkriege. Die neuen Modelle besonders, obwohl... Das hat aber noch nicht das neue Logo drauf, ne? Oder hat die das gar nicht? Ich weiß gar nicht, ob die... Bei der noch ein neueres Logo... War das 23? Ah ne, dann ist es das aktuelle Logo bei der Uhr. Okay. Ja, die hat dann noch das B quasi von... Also die sehen sehr hochwertig aus. Die wiegen viel... Schöne Uhr. Man muss dazu sagen, die Uhren sind wirklich wasserdicht. Also hier hast du jetzt zum Beispiel eine Uhr, die entfernt sich ja hier ein Stück weit mehr von dem Toolwatch-Charakter. Ja. Obwohl es auch ein Chronograph ist. Es ist ein Chronograph. Du hast keine Rechenschieberskala mehr. Du hast trotzdem ein 0.1-Kaliber, also sprich das neueste Breitling-Kaliber. Ein ganz, ganz tolles Werk. Ein Manufakturkaliber. Was auch übrigens in der Navi-Timer schlägt. Du hast jetzt bei der Uhr auch noch ein Datum. Und du hast eine Wasserdichtigkeit. Ich meine sogar 300 Meter wasserdicht. Also so dicht wie eine Submariner. Und das ohne verschraubte Drücker. Wie wir sie zum Beispiel bei der Daytona hätten, die nur 100 Meter wasserdicht ist. Und du hast als zusätzliche Funktion über der Daytona quasi auch noch das Datum. Ich gucke mal gerade, ob sie wirklich 300 Meter wasserdicht ist, bevor ich jetzt was Falsches sage. 200 Meter wasserdicht. Entschuldigung. 200 Meter wasserdicht. Aber es ist ein absoluter Traum. Das trotz Glasboden. Guck mal, du hast einen Blick aufs Werk. Du hast einen Glasboden. Ja, ja. Ja, ja, okay. Also die Uhr hat einen Glasboden. Du hast einen direkten Blick aufs Werk. Du hast ein wunderschönes Manufakturkaliber verbaut. Du kriegst diese Uhren schön rabattiert. Diese Uhr hier zum Beispiel liegt jetzt bei 5.800 Euro. Ich sag mal 5.300 Euro. Für denjenigen, der sie haben will. Kriegt eine sehr, sehr schöne Uhr. Was kostet die bei Breitling selbst? Ist eine 23 Uhr mit Boxpapieren. Ich denke um die 8.500 Euro. Das ist schon viel. Also man kriegt bei Breitling durchaus noch Nachlässe. Wann hat sich die Breitling etabliert? Ich würde sagen, diese Breitling der Chronomat eher in den 90er Jahren. Zu welchem Outfit, Amir, würdest du diese Uhr tragen? Und bei wem siehst du diese Uhr? Ja, die Uhr ist schon massiv. Ja. Es müsste auch so 43, 44 Millimeter sein. Ja, es ist eine 42er. 42. Schwer, ja. Obwohl wegen der Lünette, mit dieser polierten Lünette. Ja. Ja, auch sportliches Modell. Kann man sowohl zum Anzug tragen, als auch auf Polo. Da sehe ich kein Problem mit. Es ist keine Datejust mit Sicherheit. Obwohl es eigentlich dort ansetzt mit dem Band. Aber ich finde, eher die Uhr ist vergleichbar mit sowas wie einer Pepsi. Ich würde sogar sagen, Pepsi Plus. Sie ist höher wasserdicht. Oder beziehungsweise sie ist für tiefere Tauchtiefen tauglich. Sie hat eine höhere Wasserdichtigkeit, wollte ich damit sagen. Und sie hat einen Chronographen, den es ja bei der Pepsi gar nicht gibt. Dafür hat die eben die zweite Zeitzone. Okay. Bei wem siehst du die Uhr? Bei wem sehe ich die Uhr? Ja. Ja, doch. Auch schon so Anfang 40, Mitte 40, sportlich, Fahrrad, Eigenheim. Meinst du, der hat die Zeit der 90er Jahre noch mitbekommen? Oder meinst du, dass ich auch sehr... Ja? Ja, ja, sowieso. Der kennt die Mark von früher noch. Hat die beim Konzessionären mit Rabatte gekauft. Ja. Hat da Bock drauf. Findet die Uhr schön. Vielleicht mit einem blauen Blatt oder einem grünen Blatt. Ja. Haben wir ja häufiger auch schon da gehabt. Genau. Haben wir in der Instagram-Story immer zu einem gewissen Preis reingehauen. 55 haben wir mal die grüne abgegeben. Richtig. Waren die Uhren immer sofort wieder weg? Der Chronomat hat natürlich jetzt nicht diese Design-Kontinuität wie jetzt zum Beispiel der Navi-Timer. Ja, es ist nicht ein Wiedererkennungsprodukt. Also es wird jetzt nicht einer den Chronomat sehen und sagen, ah, sie tragen eine Breitling im ersten Moment, oder? Vielleicht des Bandes wegen, aber im Prinzip, es hat sich schon sehr, sehr viel im Laufe der Jahrzehnte bei dieser Uhr geändert. Es wurde schon sehr, sehr viel angepasst. Die Gehäuseform wurde angepasst, die Drücker wurden angepasst, die Zifferblatt-Gestaltung, wie die Totalisatoren quasi angeordnet sind, die Lünette. Früher hatte man diese auffälligen Reiter, weißt du noch, die an der Seite immer so abstanden. Also es wurde sehr, sehr viel optisch angepasst. War das die Uhr, die es auch früher an so einem blauen Lederband gab? Oh yeah. Diese Asi-Dinger, ne? Das war ein blaues Haifischband. Goldene Reiter. Ja, ja, ja. Geil. Genau, genau, genau. Ja, doch, doch, dann weiß ich welche Uhr das ist. Geile Uhr. Das habe ich immer erkannt. Da hast du immer sofort erkannt, es ist eine Breitling. Ja, ja, ja. Und dieses Modell, was du gerade angesprochen hast, was damals halt so der ganz große Wurf in den 90er Jahren als Chronomat war, dann später auch als Crosswind, dann war die etwas größer. hat sich halt optisch bis heute so weit von dem Ursprung entfernt, dass man ja wirklich sagen muss, und das war das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte dich fragen, wie du zu diesen Modellen aus den 90ern stehst. Ja, ja, doch. Und du hast noch nicht mal den Zusammenhang erkannt. Das ist mir jetzt gerade erst klar geworden. Jetzt sehe ich das an dem, an der Krone. An dieser, ja, ja, an dieser spitz zulaufenden Krone. Genau, die dann so ein, das hatten die damals immer gehabt. Ja, und ich weiß noch, als ich mich mit Uhren anfangs beschäftigt habe, bevor ich überhaupt bei Kolomatsch war, da habe ich dann im Internet nach denen gesucht, die haben so ungefähr 2000 Euro gekostet. Kosten die heute auch noch. Heute kosten sie vielleicht ein Taui mehr oder so. Ja, das war so 2017, 2018 oder so. Und dann, die fand ich richtig cool. Die waren ein bisschen assi, muss ich zugeben. Die Uhren waren auf jeden Fall, die hatten so einen Touch gehabt. Aber okay. Ich fand sie schon cool. Also hier kommen wir, jetzt habe ich verstanden. Sorry, ich habe es jetzt gecheckt. Breitling, fand ich, war früher immer so ein bisschen das sportlichere Image, was die Marke vermittelt hat. Also ich fand, früher war Breitling, aber da war der Chronomat eben auch. Also du nennst assi-sportlich, ja? Nee, aber da war auch die Breitling das, was mehr im Fokus der Marke stand. Äh, die Chronomat, das, was mehr im Fokus der Marke stand. Der Navi-Timer war ja so der Klassiker. Und das war praktisch so die Sportuhr. Also wenn jemand eine Submariner gekauft hat, war auf jeden Fall für ihn auch eine Option damals schon, auf einen Chronomat zu gehen. Krass. Also zum Beispiel, ich habe das immer verglichen, wenn man das mal in die Autorelationen setzen möchte, mit Mercedes und B&B. Ja, das hast du oft gesagt, aber gut. Und jetzt, last but not least, die Seamaster. Seamaster 300. Wie stehst du zu dieser Uhr? Am Kautschukband finde ich die schön. Okay. Sage ich dir, wie es ist. Am Kautschukband ist die schön. Das Band ist Geschmackfrage. Also ist schwierig. Ja. Ich finde das hier so altbacken aus, so. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht der weltgrößte Seamaster-Fan. Das weißt du. Das habe ich schon immer gesagt. Das hast du immer gesagt, ja. Ich finde das Band nicht so schön. Ich finde das optische Erscheinungsbild nicht so schön. Ich finde es allerdings gut, dass sich die Uhr im Gegensatz zu vielen anderen Designs von anderen Herstellern weiter von der Submarina entfernt. weil sie eben auch das Gehäuse hat mit diesem Flankenschutz, mit dieser abfallenden Flanke, weil sie eben eine andere Lunettenform und Lunetten, also praktisch Griffigkeit hat. Hier auch an den Seiten so ab. Genau. Weil sie ein anderes Band hat. Also die Uhr versucht sich schon ein Stück weit von der Submarina optisch zu entfernen. Aber ich finde auch die Zeiger nicht so. Also es ist nicht meins. Ich finde die Uhr hat, also es ist eine ganz, ganz, ganz hochwertige. Ihr könnt entscheiden. Ihr könnt es schon gucken. Auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall auch hier wieder einen Kommentar unter die Videos. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat früher zum Beispiel eine Speedmaster gekauft, weil die Speedmaster war viel, viel wertiger, wenn du sie in die Hand genommen hast, als die Submarina. Damals. Damals. Und der hat gesagt, okay, weißt du was? Der hat die Submarina in die Hand genommen, hat die Omega. Hat die gleich viel gekostet oder was? Die Omega war günstiger. Aber jetzt kommt der Clou. Dann hat er die Seamaster gekauft, weil er gesagt hat, die hat schon das massive Band, sprich den Vorgänger von diesem Band. Die hat schon die massive aus dem Block gefräste Schließe. Bei Rolex war das ja alles damals noch gefaltet. Jaja, ich weiß. Also die waren ja quasi schon, was die Fertigungsqualität anging, einen ganzen Schritt weiter. Die hat ja auch geklackert. Waren mechanisch geklackert, haben die auch noch. Genau, du hattest bei der Rolex noch dieses nicht ausgefüllte Band. Die mechanisch und in der Herstellungsqualität waren die Omega den Rolex also voraus. Und später hat er sich dann doch noch eine Sub dazu gekauft. Hat er gut gemacht. Hat er sie noch? Ja, hat er noch. Geil. Ja, wo sehe ich die? Das ist aber auch jetzt ein ganz schwieriges Modell. Das ist theoretisch gleichzusetzen mit einer Submarina. Die kann jeder tragen, der auch, die kann es zu allem tragen. Ja, schwarze Netze, Stahlwand. Und genau das, finde ich, ist das, was die Uhr teilweise torpediert. Die Uhr ist zu sehr in den Gefilden von der Rolex Submarina unterwegs. Kannst du dir eine Situation vorstellen, wo du die Uhr deiner Submarina vorziehen würdest? Wenn ich im Meer schwimmen gehe oder sowas oder irgendwo. Du kannst doch die Sub auch ranziehen. Ja, gut. Das hast du dir gedacht. Ja, weiß ich nicht. Ich würde diese Uhr nicht an der Submarina vorziehen, weil ich ja auch ein Kulturwarnhauser bin, was das Thema angeht. Aber nee. Da wäre die Sub deine Wahl. Ja, wenn ich mir die Sub nicht leisten könnte. Ja, gut. Okay, das. Die Uhr ist ja auch viel, viel günstiger. Wir verkaufen so eine Uhr aktuell für um die 4.000 Euro. Ja, wir haben die auch auf dem YouTube Preisespecial gehabt. Da hat er ab und beim letzten Mal gut verkauft. Genau. Sub liegt in der Regel so ab 11.000 bis 12.000 Euro. Wobei, wenn die ein Kautschukband hat, finde ich, kann man das am Kautschukband schon mal in der Submarina vorziehen, so ein grünes Kautschukband. Also, ich finde, die anderen Uhren, zum Beispiel die Navi-Timer, die Speedmaster, haben auch in einer großen Kollektion, kriegen die immer noch ihre Tagezeit. Ja, ich verstehe. Weißt du? Ich glaube, wenn du eine große Kollektion hast und eine Submarina, wenn du halt diese Modelle, diese Standards sammelst, sage ich jetzt mal. Also Standard, damit meine ich dann, in eine Standard-Kollektion gehört sowas wie eine Daytona, da gehört sowas wie eine Speedmaster, da gehört sowas wie ein Navi-Timer, da gehört dann eine lange Eins. Wenn du so willst, auch eine Nautilus, vielleicht noch eine Calatrava. Also diese Modelle, das wäre so, du willst von jedem Hersteller die Quintessenz des Herstellers zusammen kaufen und somit sammeln, ansammeln. Dann, wenn du die auch hättest, hättest du keinen Grund, die anzuziehen, weil du... Du würdest die Rolex tragen. Ja. Dein Fazit, welche Marke würdest du bevorzugen? Also, mir wäre es egal, ich würde sowohl den Navi-Timer als auch die Speedmaster hier in dem Koffer immer den anderen beiden Modellen vorziehen. Das ist ja klar. Aber ich hätte da keinen Favoriten. Wenn du jetzt nur die zwei großen Modelle der Hersteller nimmst und du müsstest dich für einen entscheiden. Dann wäre es bei mir der Navi-Timer. Ich sage dir auch, warum. Zum einen, weil ich das Design sehr, sehr gerne mag. Ich finde, die Uhr kriegt eigentlich diesen... Die ist auch schon klassisch. Ja, ich kriege den Vintage-Charakter super in die Neuzeit transportiert. Das schafft kaum eine andere Uhr. Ich finde die Uhr phänomenal an einem Mashed-Band. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht, dem werden sich die Zehennägel hochholen. Ich finde die Uhr auch phänomenal an einem Pilot-Band. Okay. Das heißt, und ich muss auch dazu sagen, die Speedmaster haben in meinem Bekanntenkreis sehr, sehr viele. Das heißt, ich würde hin und wieder in die Verlegenheit kommen, irgendwie mich mit meinen Kumpels zu treffen. Wir würden abends zusammensitzen und zwei Leute oder drei Leute vielleicht sogar hätten diese Uhr am Tisch an. Ja. Das ist aber keine wertende Einstellung. Ich finde, die Speedmaster und der Navi-Timer stehen auf einem gemeinsamen Podest. Aber deshalb wäre es für mich der Navi-Timer. Wie siehst du das, Amir? Ich denke auch den Navi-Timer, einfach weil das das klassischere Produkt ist und auch durch das Lederband ein bisschen entschärft ist. Am Stahlband finde ich zu viel. Da würde ich mich eher doch wieder für ein Rolex-Modell entscheiden am Stahlband. Ja? Ja. Okay. Und ja, wie du schon gesagt hast, Klassiker. Schön. Amir, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Schön, dass du heute deinen ersten Auftritt mit uns vor der Kamera hier mal ... Das ist schon anstrengend mit den Lichtern, ne? Findest du? Boah, ja. Ich bin so halb müde geworden. Ich kenn's ja gar nicht mehr anders. Boah, ist schon anstrengend. Ich muss zugehen. Jetzt hab ich das erste Mal erlebt, wie das so ist, 30 Minuten mit dir zu reden. Ihr Lieben, schreibt uns auf jeden Fall, welche der Uhren aus dem Koffer wäre eure Wahl. Weil vielleicht will der ein oder andere ja auch lieber den Chronomat an seinem Arm sehen oder die Seamaster 300. Vielleicht sagt der ein oder andere auch immer, was du über die Seamaster 300 gesagt hast, stimmt vorn und hinten nicht. Sehr läppisch, was du gesagt hast. Findest du? Nein. Also, ich hab für alles Verständnis, ich freu mich auf eine Diskussion, solange wir über Uhren diskutieren, macht's Spaß. Ja. Amir ist ja auch, jeder, der hier bei Cologne Watch arbeitet, ist durchs Hobby an den Beruf gekommen. Ja. Wir freuen uns auf jedes einzelne Video, was der Amir hier mit uns macht, was der Amir mit uns hier aufnimmt, den Ton mischt. Ton ist ja auch ein ständiges Thema. Nee, nicht mehr, nicht mehr. Hier, guck mal. Ihr Lieben, hinterlasst uns auf jeden Fall noch einen Kommentar, einen Like, geht ans Glöckchen. Wir freuen uns, wenn ihr uns dienstags auf Instagram nicht nur folgen würdet, sondern auch die Live-Schaltung euch anschauen würdet. Wir freuen uns, wenn ihr freitags mit uns in der Apotheke live geht und wir wünschen euch auf jeden Fall nur das beste Küsschen gehen raus. Danke euch. Ciao.